Alter, was geht nicht? Willkommen zu einer Folge von Minecraft Island! Jetzt bin ich auf dem Baum! Aber auf jeden Fall, nein! Jetzt hab ich den Chatwerk geblendet! Ausgeblendet meine ich, ach man ey! Weil Austin Melina hat mir grad geschrieben, die hat geschrieben, wir müssen reden, Leute! Ich glaub, es gibt ein ernstes Problem mit Austin Melina! Wir hatten ja gestern eine schwierige Situation mit ihr! Und deswegen müssen wir mal schauen, was sie uns zu sagen hat! Was will ihr wissen von uns? Die hat mir gesagt, die hat eine Gruppe aufgemacht und das Passwort ist Wurst! Okay, ganz komisch! So, schreiben wir mal rein! Was willst du mal alleine? Junge, Alferstein, du hast mich mega schreckt, Mann! Was willst du? Wir müssen uns persönlich sehen, ich darf dir keine Informationen sagen! Ich will ja auch keine Informationen! Nein, sag, wo du bist! Ich bin... Schreckt, Koordinator, sonst will ich nichts sagen! Ich bin... Warte, schreibt meine Freunde... Ich muss sehen, dass du nichts böses in den Schild dir führst! Ich fühle nichts im Schild! Glückwunsch! Äh, ich kenne dich! Okay, warte, meine Koordinator... Strahlt mich auf! Dann mach ich mich auf den Weg! Ja, 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 ich... So, Leute, ich gehe direkt sofort dahin, Leute! Wo ist das Tausend? Oh, wir sind ganz nah! Sie ist doch in der Nähe von der Paubeck-Ritterburg, sagen mir die Koordinaten! Okay, lass mal hinschwimmen! Und ich mach mal wieder Hell und schon mal Shader aus! Falls wir irgendwie angegriffen werden, Leute... Hier kann ja dein Projekt alles passieren, Leute! Wir müssen uns auf alles vorbereiten! Ich habe immer noch Denergy's Schwert! Ich habe ja schon ein paar Kommentare gelesen... ...bei Denergy, dass sie ihm das kommentiert haben! Ist auf jeden Fall gar nicht gut, Leute, das ist gar nicht gut! Das heißt, Denergy wird wahrscheinlich sein Schwert zurückhaben wollen! Aber das werde ich ihm nicht geben! Wo ist die Linie? Wo? Hä? Ich glaube, ich muss in die Richtung... ...die eine Falle oder was platziert, Leute? 1230! Muss doch irgendwo hier sein! Ups, was habe ich jetzt gemacht? Wo bist du? Sag dich, Linie! Ich weiß, dass du irgendwo bist, Linie! Hä? 230? 1070? Hier! Eigentlich müsste die genau hier sein! Allein! Da bist du! Wieso hast du eine Eisenrüstung, Linie? Schau! Wieso hast du eine Eisenrüstung? Wie? Wo ist deine Diamantrüstung? Oh! Da habe ich meine Diamantrüstung! Mit wem willst du mich angreifen, Linie? Ich habe deinen Titel gesehen! Ich habe deinen Titel gesehen! Mein Titel? Auf YouTube! Ich habe den Titel gelesen! Du wolltest mich angreifen! Darum geht's, ja! Ich habe gesehen, dass schon der Angriff auf Einfachstein geht schief! Aber willst du, dass er richtig geht, oder was? Ja, warte, Alphastein! Darum geht's doch! Ich wollte... Wo? Was? Ich wollte heute mich bei dir entschuldigen! Ich habe die Sache nochmal... Ah! Besiegt! Ich habe die Sache nochmal überlegt! Und das... Was? Ja, also ich habe mich da so... Pass auf, Spinne! Ah! Was willst du mir sagen? Sag's jetzt! Ja, ich wollte mich entschuldigen! Ey! Warte, warte, warte! Für was entschuldigen? Ja, weil das war so... Also Kian hat so zu mir gesagt, dass ich Alphastein hierher lassen kommen soll und dann greift er sich an. Und eigentlich wollte er dich töten, aber irgendwie hat er dich nicht getötet. Ryo! Ja, ich habe mit mir der Kacke deswegen gefühlt... Du hast mir eine Falle gelockt! Du willst in meinen Klang reden! Ja, was? Ja, eine Falle, Alter! Ich hätte... Ich hätte vielleicht... Ich will das Fernsehen sagen! Ich will Ihnen da zeigen, dass mir eine Falle gestellt ist! Ja, aber ich will mich doch entschuldigen bei dir! Gib mir die S! Ja, warte, pass auf! Was? Ach du Kacke! Wo ist denn? Scheiße, was ist denn? Alles in der Ampelkirche! Wo ist das? Aber wir müssen schon eingehen! Wir müssen da hingehen, Alphastein! Wo sind die, Alter? Wie müssen sie uns ein? Ampelklar, was ist das hier? Ach, schnell! Jeder! Wir müssen da hin! Ich bin anders ready! Ich bin anders ready! Nein! Nein! Ach, was? Die sterben jetzt! Wo ist die Klingel? Jetzt hat er nur noch ein Herz, oder? Oder wie viel hat der... Ich hatte da drei, ich glaube, das ist zwei! Warte, hat Russik schon Herz verloren? Ich weiß nicht! Ich bin so dumm mit Goldäpfeln! Nein! Und das Ding ist, Ben ist jetzt irgendwo alleine! Oh, oh! Verfolgen die denn jetzt weiter, oder was? Die greifen die noch jetzt ein, Geliehne! Ja, safe! Die werden den übelst targeten! Ohne Witz! Ben so... Warum schreibt der nichts? Der Russik muss schreiben, Alter, wo die sind! Der ist doch irgendwo anders gespawnt, Alter! Oh, nein, das ist vorbei! Das ist vorbei! Jetzt muss ich beweisen! Verweiß dich für den Ampelklang jetzt! Ja, ohne Witz! Du musst die killen, Alter! Du musst die killen! Ich muss die killen! Komm, call! Hä? Was hat für ein Call? Hä? In der Gruppe sehe ich nichts! Ich sehe auch nichts! Äh, jetzt sehe ich deine Gruppe! Was ist dein Problem, Estu? Was hast du getan, Estu? Ey, Alphi! Was habt ihr getan? Lass uns mal kurz darüber reden! Warte, er... Die reden da, die reden da! Ich war drin in der Gruppe! Oha, oha! Aber ich glaube, die wollen privat reden! Die wollen mich da nicht, glaube ich! Also, Lena, kommen wir zu dir jetzt! Mit Benzern schreibt er nichts! Ja, pass auf, pass auf, pass auf! Komm, Mist! Entschuldige! Also, nur das Volk alleine reicht nicht! Ich brauche noch irgendwelche Heidchen! Ja, pass auf, pass auf, pass auf! Oha, bringst du meinen Esel weg, auch zufrieden! Ja, Esel kann es immer von mir haben, nur Probleme, und kriegst du auch umsonst! Äh... Streckt! Aber ich muss noch einen coolen Esel machen, ich bin ehrlich... Du suchst keine Falle! Was? Elina? Das ist keine Falle! Elina, das sah gerade aus, als würdest du irgendwas im Dreadsland aktivieren, Boeing! Nein, nein, du gehst selbst, 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 ich mache einen schönen... Was willst du da drin? Das ist keine Falle, ich schwöre, das kann ich auch... Was willst du da drin machen, Elina? Pass auf, das wird richtig cool, sag ich dir! Du bist du nicht, Elina, du kenn ich dich nicht! Doch, doch, hier, pass auf, so, bumm... Jetzt brauchen wir noch hier was ganz wichtiges... Du kenn ich dich nicht, Elina, was machst du? Das ist nicht schlimm, pass auf! Ich will eine Falle da drin springen, was habt ihr vorbereitet? Das ist schon mal Kiste, jetzt hier, bumm, jetzt mach ich die Kiste auf! Mach du die Kiste auf! Das ist eine Redstone-Kiste, mach du die auf! Nein, das ist eine normale Kiste! Ein Kuchen! Gibt jetzt das... 37, bitte! Bitte 37! Elina, bitte! Das ist immer, Freunde, das ist immer, Freunde! Ich will immer auf dich aufpassen, Elina, wenn du mir 37 Größe gibst! Den Arm! Lena, ich hab nur vier, ich hab nur vier, Elina! Hä? Als ob du nur vier Goldäppeln hast? Ich hab ganz viel Gold, aber ich brauch Äpfel! Dann bist du anders tot! Der 37 liegt wieder zurück, ich hab gesehen, dass sie rangeht! Ja, ich meine, aber das sind meine, wenn ich sterben würde! Du gehst ja nicht raus, Elina! Gib mir die 7-3-Gruße-Pfee! Ich geb dir noch... Okay, reicht, 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 reicht! Du bist ein Bestelino! Ja, Elf, Jürgen! Wer ist denn Falle? Wer ist denn? Ich hab Angst! Das ist wirklich keine Falle! Ich hab Angst, Elina, ich komm nicht hin! Das ist wirklich keine Falle! Ich hab auch Angst! Ich weiß auch nicht, warum ich mich darunter gemacht habe! Aber wirklich! Wirklich, es tut mir wirklich leid und ich mach das nicht wieder, weil das... Erf, ich schick euch ab, ihr habt alles sehr gut gemerkt! Das sind Königskrieger und das sind unsere Feinde! Aber in der ist es mal, die Tiere sind von gestern kaputtgegangen! Ich schau dir die an! Kann ich nicht mehr verwenden! Was? Das ist alles schön, weil Kieran es geschickt hat! Das Ding, der habe ich auch Diamanten bei mir an! Entschuldigung! Aber guck, was ich nicht geformt habe, über einen Stack! Nicht anfassen! Nicht anfassen! Gib mir meine Rüstung wieder, Elina! Ja, kein Problem! Dann nehme ich dir sofort wieder! So Leute, die können wir noch anziehen für die Hüllen oder so! Ich bin dankbar! Ja, das freut mich! Und das war auch eigentlich schon alles! Ich wollte einfach nur... Jetzt will ich dir ein gutes Wort bei Ben so einlegen! Das kriegst du von mir persönlich! Boah, danke schön! Du willst jetzt bestimmt in den Kleinen reinkommen! Du warst schon, ich bin einer von den höheren Positionen in den Kleinen! Und wenn ich dir das sage, kommst du rein! Oha, crazy! Normal! Kein Ding! Normal! Ja, aber... Ja, also wegen Pferd muss ich noch ein geiles... Ja! Bitte! Ich war auch ein Esel! Ja, weil das Ding ist, Pferde sind momentan nicht so gut! Die sind ganz fleckig! Wie? Wieso? Die sind so schnell! Die sind voll die lahmen Dinger! Hä, die sind schneller! Ja? Oh, Ben schreibt GG! Ich habe auch GG geschrieben! Oh mein Gott! Ich schreibe auch! Alter, Alter, Alter! Das war ein wirklich schöner Kampf! Nein, Russik hat ein Leben verloren! Nein! 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 Das ist dein Fett hier! Aber die sind doch Schnee! Ich finde das Schnee! Ja, aber ich habe keinen Sattel gerade! Aber die anderen Pferde sind voll langsam! Nein, nämlich das hier! Das ist auch kein Problem! Nein, nein, nein! Das ist mein... Das ist... Ich werde das Ben dann sagen, wenn du mir den nicht geben willst! Aber Ben würde es den auch nicht geben! Okay! Aber er bringt auch nichts! Ja, der ist gut! Ah, der hat einen Sattel! Wir müssen ihn besiegen! Nein, nein, nein! Der hat einen Sattel! Ja, er hat einen Sattel, aber der gehört hier, Thor! Der gehört hier! Der wohnt hier! Ja, ich lese kurz... Eilina, schau einfach kurz weg! Okay, ich kläre das! Ich hole schnell einen Sattel! Du musst einfach nur weg gucken, Eilina! Guck weg! Nein, 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 nein! Das ist schweig! Guck mal, wenn du es rennen sollen! Guck mal, du musst die Scharetten gehen! Hä, wo ist Ben? Ey! Ey! Die Kraften meinen einen Sattel! Das Schwein, das lebt hier! Guck! Das kann auch Tricks! Warte! Man kann keinen Kraften! Nein! Wo ist das hier? Oh, nee! Wo ist meine Karotten? Nein! Ach, nein! Oh, nee! Dann können wir den besiegen jetzt! Der hat keinen Nutzen mehr! Nein, 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 nein! Der wird nicht gesichert! Das schmeckt gut! Nein, nein, nein! Das Schwein wird nicht gesichert! Äh, ich brauche einen Sattel! Ja, ähm, ich suche nach einem Sattel! Dann geh mal schon mal suchen, ich find bestimmt auch einen! Nein! Geh schon mal auf die Suche! Geh auf die Suche! Nein, bitte nie mehr Schwein! Die Linde! Sag noch irgendwelche netten Worte ziehen! Nein! Das Schwein liegt nicht! Das hat eine schöne Zeit, Linde! Aber irgendwann ist alles dann, die Linde! Ich weiß, aber das Schwein heute nicht! Das hat noch eine lange Schweinezeit vor sich! Das hat... Nein, 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 nein! Das hat eine lange Schweinezeit vor sich! Du kriegst das coolste Pferd! Du kriegst das coolste Pferd! Du kriegst das coolste Pferd! Hier ist Kohle! Hier ist Kohle! Ich brauche Kohle! Und ich auch! Meins! Sag das niemandem! Ja, ja! Keine Ahnung! Ich werde ein gutes Wort bei dir einlegen! Bei Benson! Ja, und das kommt nicht mehr vor! Mit dem Snipschen bei mir! Ich vertraue dir, Linde! Ich vertraue dir! Ja, ich dir auch! Okay, Linde! Tschüss! 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 Ah, Leute! Was soll das? Die wollte mich wirklich angreifen! Wegen ihr hat meine Rüstung so viel Leben jetzt verloren! Aber egal, Leute! Wir können so viele neue Rüstung craften! Ich glaube, allein zwei neue! Wir müssen die halt noch verzaubern! Aber ihr wisst, wie schnell verzaubern geht! Was ist das hier eigentlich? Sieht sehr auffällig aus! Sieht sehr... Hä? Das ist mein Katz! Ah! Woah! Ah! Was war das denn? Ich schwöre, ich habe keine Falle gemacht! Ich schwöre! Ich wusste, du warst das! Das war ich nicht! Ich war das wirklich nicht! Ich war das wirklich nicht! Ich war das wirklich nicht! Ich bin alles zurück in dir! Du bist böse! Nein, das war das wirklich nicht! Du bist böse, Linde! Ich war das wirklich nicht! Das war das mein Katz! Unter der Druckplatte! Mit TNT! Was ist los hier? Ja! Oh mein Gott! Alter! Das sind mehrere! Wie viele sind das in Save 6? Ich weiß nicht, Linde! Sollen wir anmachen? Nein! Warum nicht? Ah! 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 Ich glaube es funktioniert, wenn du draufsteppst! Das ist keine Gewichtsdruckplatte! Ja! Hä? Funktioniert aber nichts passiert! Ja, das ist keine Gewichtsdruckplatte! Du musst da selber draufsteppen! Nein, nein, nein! Es muss eins weiter! Es muss eins weiter! Der Block ist hier! Aha! Ah! Sollen wir probieren, Linde? Linde! Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine gute Idee ist! Linde! Ja! Äh! Aber dann geht das schon nicht alles kaputt hier! Das wird schon repariert! Ich muss lieber mit das TNT oder? Ich kann das gebrauchen! Ja, das Ding ist also... Weiß nicht! Ähm! Kann man das abbauen? Was denn? Das TNT da... Ja! Äh! Ich weiß nicht! Ich glaube, wenn die in Bewegung gesetzt werden... Oder geht das denn hoch? Ich glaube, es ist wie so eine Bombenentschärfung! Ich glaube, wenn die in Bewegung gesetzt werden, dann expliziert das schon... Ja! Es wird schon gut gehen! Äh! Einfach geil! Das macht keine komischen Sachen! Es wird schon... Ah! Es wird schon gut gehen! Es wird schon gut gehen! Es wird schon gut gehen! Äh! Hast du's? Ich weiß nicht! Ich hab Angst! Bisschen! Bisschen Angst, Helena! Ich würd's nur lieben! Ich würd's nur lieben! Ich würd's nur lieben! Ich würd's nur Angst machen! Ich hab keinen Schädig! Ich hab ein Schädig gewesen! Ähm... Ich hab ein Schädig gewartet! Äh! Äh! Das fügt her, das fügt her! Das fügt her! Das fügt her! Ganz vorsichtig! Ah! Warum passiert nix?! Ich muss nur herrein! Woh! 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 Was brauchst du? Was brauchst du? Ich weiß nicht! Ich hab's! Hast du die Lord? ich habe zwei stück Ich hab davon nur zwei. Naja, aber besser als nichts. Warte, dein Schild ist noch da unten. Wer, du brauchst meinen TNT. Ich glaube, dass du nicht taugest. Soll ich mich das benutzen? Ja, bitte nicht für mich. Ich war's the basis. Ich bin näher von deinem Dschungel. Ich hab's im Leistung gesehen, Lena. Die ist gelogen. Ich hab alles gesehen, Lena. Wenn du Stress machst. Ich geh in die Base. Nein. Ich hab die schon gefunden. Nicht in meine Base sprechen. Oh, Fortnite. Yeah, Fortnite. Los. Los. Jo, tschüssi. Tschüssi, Lena. Wir sehen uns noch irgendwann. Tschüss. Tschüss. Leute, wir haben zwei TNT, mein ganz nice. Sonst gibt's nur P, oder? Ich glaube, eine Doppelkiste noch voll kann Spieler one-hitten. Okay, das ist jetzt eh noch zu wenig eigentlich. So, wenigstens haben wir die jetzt, Leute. Ist auch sehr gut. Ich hab grad im Chat gesehen, Leute. Eingetippe wurde besiegt. Oh, nein. Das ist auch nicht mehr online, Leute. Nein. Wir können also nicht nachfragen, wie es ihm geht. Nein, Leute. Ist gar nicht gut. Okay, Leute. Ich bin jetzt mal dank einem Ampeljahn-Blaze. Schaut mal. Ich hab meinen Helm repariert. Und meine Hose. Das konnte ich noch machen. Wusste ich nicht. Aber hier bei denen kann ich komplett vergessen. Hier bei den Schuhen. Bei der Chats-Plate. Guck mal, Leute. Zack. Zu teuer steht da. Nein. Das ist so schade, Leute. Aber... Wir wissen, wir haben die zwei Rüstungen hier noch. Und... Ich bin grad am überlegen. Na, komm. Wir machen das jetzt einfach. Die Craft noch die dritte Rüstung, Leute. Let's go. So. Wie viele Dias haben wir denn noch übrig, Leute, wenn wir jetzt die nächste Rüstung craften? Zack. Immer noch 50 Diamanten. Sehr nice. Und wir können schon mal gucken, hier die Rüstungen wieder zu verzaubern. Protection 4. Ja. Das machen wir. Das machen wir. Das machen wir. Wir brauchen hier Lapislate. Oder gibt's hier noch was? Hier auch. Hier nichts. Und hier auch nicht. So. Ich hoffe, wir kriegen noch Unbreaking drauf. Komm schon. Nein. Doch. Aber wir haben Thorns drauf. Das ist gar nicht gut. Nein. Ich mein, als Notfallrüstung wäre das jetzt eigentlich okay. Aber ich guck noch, was die anderen Rüstungsteile hier kriegen. Wenn die noch gute Sachen kriegen. Ah. Mann ey, Leute. Ich guck das was. Guck mal kurz das hier drauf. So. Dann mach ich das wieder raus. Wir führen uns wieder ein paar Level. Wir schauen noch mal. Protection 4. Und hier? Protection 4. Okay. Hose machen wir jetzt nächstes. Wir brauchen ein Level. So. Hose. Let's go. Was kriegen wir? Nein. Kein Unbreaking. Aber egal, Leute. Das ist jetzt die Drittrüstung sogar. Also. Ich glaub, da müssen wir jetzt nicht so krass auf die Level und alles in Verzauberung gucken. Wir sollten uns damit eigentlich schon zufrieden gehen können. Nur Feather Falling. Sollte auch erst mal reichen. Das ist, wie gesagt, die Notfall-Notfallrüstung. Okay, Leute. Ich muss jetzt schnell zur Paarberger Ritterburg. Ich hab da einen YouTuber gesehen, der online ist. Wir müssen spawnen. Wir müssen spawnen. Mein Mental ist ein bisschen voll, Leute. Ich muss noch ein bisschen Platz machen. Ich hab noch ein Unbreaking 3 Buch. Warte mal, Leute. Das können wir doch direkt hier draußen machen. Auf die Hose. Ist nicht ein bisschen sinnlos? Egal, Leute. Das machen wir einfach. Zack. So. Wir hatten's. So. Jetzt haben wir die Hose schon mal komplett fertig. Leute. Abfahrt. Lasst direkt losgehen. Wir müssen spawnen, Leute. Wir dürfen jetzt nicht hier so zu viel sortieren. Let's go. So, Leute. Wir sind fast da. Wir sind fast da. Wir sind fast da. Hä? Warte mal. Hier wird doch irgendwas gebaut. Warte mal. Warte mal. Hier irgendeiner von denen musste was bauen, Leute. Let's go. Den haben wir aus Holzblöcken hier. Was ist hier? Das war doch eben noch nicht. War doch eben noch hier. Hä? 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 Hä, Junge? Was geht, Papa? Was baust du hier? Ja, ich hab das Restaurant zum Grunwald in eine wieder aufgebaut. Warum denn das? Innen. Du hast nur ein Herz. Du darfst ja gar nicht mehr rumlaufen. Ja, aber du... Du siehst doch hier. Die Leute haben... Die Leute haben keinen Ort, wo sie essen gehen können und meinen verpflehen. Ja. Stimmt. Ich war eigentlich jeden Tag,孩. Ähm, kannst du mehr Frühstück machen, Adi? Ja, vielleicht guck ganz kurz mal. Nachher hab ich hier meinen Ofen hier noch was habe. Was ist aber schon komplett fertig hier, oder was? Ah, ich bin grad noch am Bauern gewesen. Ja, von außen ist es fertig. Ja, von Ihnen drin sieht es noch nicht so gut aus. So, hier, Ofen, Kartoffeln und... Danke! Handelfleisch! Boah, das war richtig krass, Heidi. Danke! Was muss ich zeigen? Weißt du, du bist unser erster Kunde seit der Neueröffnung. Das geht aus Haus. Gib dir da fünf Lappes. Kannst du ein bisschen verzaubern. Ja, die nehme ich auch. Dankeschön. Danke, Bro. Du willst mal was aus Holz blöcken, ne? Ja, ich weiß. Letztes Mal hatten wir so Stein. Das war ein bisschen besser. Vielleicht. Aber du hast gesehen, Stein hat alles hochgesprengt. Ja, stimmt. Ich glaube, Holz hält da besser aus, Heidi. Ja, das kann nicht so leicht gesprengt werden wie Stein. Genau. Ähm, Alter, hast du vielleicht einen Feuerstein noch übrig? Ich muss noch ganz kurz gucken. Hä, wofür brauchst du einen Feuerstein? Warte, Heidi. Ich habe eine Idee. Warte, hier kann ich weggefahren. Warte, Heidi. Ich komme gleich. Du kannst doch weiterbauen. Ich komme gleich. Nein. Habe ich aus der Port, Leute. Eben, los geht euch immer weiter. So, Leute. Wir werden gleich... Ich habe eine sehr gute Idee. Was man hier so anstellen könnte. Und da haben wir einen Feuerstein, Leute. So. Warte, ich muss doch noch seine Mehlkosten zeigen. Heidi. Azi. Ja, also, guck mal, da haben wir es geschickt. Wo ist die? Das ist die große Neuöffnung. Zur Restaurant. Zum guten Einleid. Zwei. Jawohl. Heidi, du weißt. So ein Laden nimmt dir auch ein bisschen Geld ein, Heidi. Und, ähm, der Laden, der steht ja hier auf einer bestimmten Fläche. Und du weißt, die Paul-Berger-Ritter haben ja hier nichts mehr mit zu tun mit dieser Fläche. Du wirst schon nicht auf die eingenommen. Und deswegen musst du ein bisschen Miete zahlen, Heidi. Ey, hör auf, Junge. Nichts, dass das Restaurant abvergibt. Ich brauch Miete. Ich hab ja frisch gestrichen. Was hältst du an Miete? Mh, ein Dier pro Woche. Ein Dier pro Woche? Aber das ist ja auch ein bisschen Bucherpreis. Hey, das vergünstig. Jetzt sind fünf Diers die Woche. Ah, aber... Ey, du kannst das Ding nicht hier abvergehen, Junge. Wir haben die Karte nicht auf die Eingang. Du weißt, wo du hier stehst, Heidi. Hier ist eine hohe Kundschaft. Du nimmst dir sehr viel Geld ein. Ich will auch was davon. Äh, du willst ein Dier pro Woche haben, oder was? Ein Dier. Ja, gut. Okay, den zahl ich. Ich sag dir, wie es ist. Ich zahl den. Aber dafür... Das ist so eine Art Schutzskill. Dafür passen die Ampelkrieger auch auf. Genau, genau. Genau, Heidi. Ja, die Ampelkrieger müssen das hier bewachen, okay? Ja, machen wir, machen wir. Aber extra Schutz kostet noch mal ein Dier mehr. Also zwei Diers die Woche. Ey, willst du noch? Hey, wir können auch mehr verlangen, Heidi. Zwei Diers ist ein guter Preis. Hey, Junge. Haha, Heidi. Na, okay. Neues Angebot. Drei Diers, Heidi. Letzte Chance. Drei Diers die Woche. Ich hab dir immer geholfen, Aufbuch. Hey, du weißt, du willst dir Geld verdienen. Du machst dir bestimmt zehn Diers am Tag. Dann kannst du auch mal drei die Woche abgeben, Heidi. Sehr gut zwei, okay? Wir machen zwei Diers. Wir fangen zwei an, aber es kann sein, dass teurer wird. Aber dafür machen die Ampelkrieger hier auch wirklich alles klar, okay? Ja, Heidi. Genau, genau. Ich will ab. Ey. Los, die hast du, Heidi. Ich muss erst mal beim Spaßschwein gucken. Warte mal. Hey. 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 Was steht für eine Falle, Heidi? Hey. So, wir machen den Boden mal wieder zu. Hey. 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 Deinen Laden wird es lange nicht mehr geben, Heidi. Geh auf. Den Laden werde ich gleich... Wow. Was ist hier? Die ganze Armee. Was geht? Wow. 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 Die ganze Armee. Aber wo bist du? Alter, das war eine Falle von dir. Ich weiß es. Ey. Du hast doch noch aufgemacht. Alter, du musst sehen, was du davon hast, Heidi. Hey. Wo bist du? Der Laden wird gleich abfackeln, wenn du dich für die ausbereit hast. Hä? Ey, 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 ey. Ja? Was für die aus, Junge? Äh, Heidi. Die Woche ist nämlich mal rum. Die Woche hat angefangen, Heidi. Junge, was machst du da unten? TNT? Ich... Oh, ich muss da unbedingt reingucken. Wo bist du? Oh, mein Laden wird jetzt gleich in die Luft gehen. Hey, der Laden wird nicht in die Luft gehen. So, Leute, wir haben uns jetzt in den Laden. Aber wir gehen jetzt in den Bundesländern nicht so hoch. Ah, Heidi, gib die Dias. Was machst du denn? Stopp die Dias, Heidi. Okay, äh, was war doch mal letzter Preis für die Dias? Drei. Nein, wir haben eine andere Presse ausgemacht. Drei Dias für eine Woche. Okay, pass auf. Wir machen was anderes. Ich geb dir äh... Drei. Wų ne? Siebenundzwanzig? Ich glaub da, ihr habt eine g samen. Ey! Ey, looks at ich geb dir die Dias ich geb die Dias auch mal. Die Ampelkrieger werden das zerstören, immer sofort. Nein, 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 nein. Ich geb die Dias, okay? Ich geb die Dias, okay? Ich werd das abreißen lassen, dann bauen wir. Den Ampelkrieger-Shopping. Eigentlich mit Ampelkrieger-Shopping. Zwei Dias sind jetzt. Aber Die Dias sind jetzt, praktisch! Ich geb dir den Pi video scope. Ja, okay, warte mal, ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich noch ein paar Dias habe. Warte mal, sonst will Blackjack oder so. Das war einer, das war einer. Ja, okay, einer noch, ne? Nee, du hast ihn wieder aufgehoben, Adi. So, warte mal, hier ist der andere. Du hast ihn wieder aufgehoben. Ja, jetzt hast du mal mit dir. Ich hab den, okay. Nein, 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 es reicht. Okay, ich lache, ich kippe dir das wirklich. Nein, tut mir leid, Bro, tut mir leid. Tut mir leid, Adi. Aber wirklich, ich kippe dir das, ich kippe dir das. Hermann, sei das jetzt. Das ist ein top Angebot für Schutz. Ja, okay, aber ich will wirklich Schutz sind. Kriegst du. Sobald du mit irgendjemandem Stress hast, wir besiegen die. Ja, okay, okay, okay. Ich mach's, ich mach's, ich mach's. Hier ist der zweite Dias, okay? Sehr gut, Adi, sehr gut. Die nächsten zwei Dias, dann warte ich morgen, Adi. Nein, nein, ich sage einmal pro Woche, Junge. Ja, die Woche ist morgen schon vorbei, Adi. Morgen fängt ich nächste Woche an. Hä, Moment, ich sollte... Hä, heute ist doch gar nicht so ein Dürr. Adi, ich sag mal, welcher Tag ist. Ja, Junge. Adi, ich will richtig den Schutz sehen, Junge. Wenn Benson erfährt, wie ich hier umgehe, ähm... Adi, das ist ganz normal, das machen wir immer so mit den Kleinen. Junge, ich will ganz normalen Schutz sehen, hierzu, okay? Kriegst du, kriegst du. Von dir, Ben, Flo, alles, was wir aufpassen. Kriegst du, kriegst du, Adi. Wir werden hier sogar regelmäßig einkaufen kommen. Oha. Aber Adi, man kann doch gar nichts kaufen zu essen. Ja, ich bin ja noch dabei, ich hab gerade den A-Vs gemacht, Junge. Adi, ich hab Hunger, bitte. Okay, pass auf, wir machen jetzt erst mal ein Schild, okay? Wir wollen so ein richtiges Wiesenschild, wie das vor McDonald's steht hier. Wie? Okay, pass auf, wir machen hier einen kurzen Cut, dann ist das Schild gleich da, okay? Ja, okay. Hä? 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 Guck mal! Oha. Hä? Das steht E. Ja, und das Restaurant zum guten Algen Adi. Adi, zwei! Oh mein Gott, das Restaurant zum guten Algen Adi, zwei, Junge, das ist krass! So, ich mach auch ein neues Restaurant! Ja, Blackjack! Ja, Blackjack! Guck mal, Blackjack, wir hören dich nicht! Was ist das? Das ist das neue Restaurant! Das Restaurant zum guten Algen Adi, zwei! Leute, was passiert hier eigentlich? Oha, wie cool ist das denn? Ja, wir machen mal ein neues Restaurant, die Inrichtung ist noch nicht ganz fertig. Aber es wird krass werden! Genau, Adi, ich werde... Äh, äh, ich werde sofort mein Geld tun, Adi, ich werde alles leerkaufen in den Laden! Ey, tschüss mal! Los! Ich bin mal gespannt, wie lang der Laden aber diesmal heile bleibt. Los! Leute, ich freu mich mal, Adi. Wir sind jetzt auch von Weitem, Leute, wir müssen noch ein zweites Schild dahin machen. Das wird bestimmt noch ein richtig erfolgreicher Laden, Leute. Bestimmt wird der Laden hier am meisten Geld auf dem ganzen Serverprojekt hier umsetzen. Ich weiß schon immer, Adi ist ein guter Geschäftsmankt. Und ja, Leute, nochmal hier zum PvP, Leute, ich habe eure Kommentare gelesen. Ich habe gesagt, ich muss auf jeden Fall immer ein Schild bereithalten. Ich mache das irgendwie nicht, Leute, weil ich bin dieses PvP-System immer noch nicht gewöhnt. Ich habe früher das alte PvP immer gespielt, da hat man ein Schild nie gebraucht. Ich muss mir das wirklich angewöhnen, Leute. Und Goldöffel haben wir jetzt auch voll viele, wir haben sogar noch richtig viel Gold. Das heißt, wir können uns ungefähr ein Stack, äh, Äpfel fast machen. Ja, einen halben ungefähr, ja. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch PvP trainieren. Und dann wären wir bereit, für die anderen YouTuber, für die, um gegen die zu kämpfen, richtig offiziell. Die sind alle platt zu machen, Leute. Ich muss hier meine Zauberung, äh, Rüstung richtig verzaubern. Weil dann haben wir 1, 2, 3, 4 Tier-Rüstungen dabei. Wir müssen gar keine Angst mehr haben, wir kämpfen, Leute. Weil wir sind unbesiegbar. Das war's für die YouTuber. Ähm, Leute, guckt mal in den Chats. Alp, ich bin mein Schwer sofort. Was meinst du? Leute, wir geben das Schwert nicht einfach so zurück. Das kann er vergessen, das ist mein Schwert. Alp, ich schicke die Koordinaten. Komm sofort her und bring mein Schwert mit. Morgen vielleicht, Bro. Er schreibt Punkt, Punkt, Punkt. Sofort. Sonst was? Höh? Sehen. Dich. Das kann er niemals schaffen, Leute. Sollen wir das anlegen? Okay. Wenn es will. Sollen wir die Koordinaten geben? Okay, Leute, ich bin jetzt zu den Koordinaten gerannt. Hier soll das irgendwo sein? Ich glaube... Oh, ich glaube, er hat mich noch nicht gesehen, oder? Was ist denn hier vorbei? Oh, ich verschicke mich weiter. Ich sehe mich nicht. Alter, ich war gar nicht vorbereitet. Wo bist du? Kann ich dir nicht sagen. Alperstein, ich habe gar keine Lust wieder auf dieses Spiel. Ich führe mein Schwert und dann gehe ich wieder. Hallo. Pack ein Bogenwitz. Hör auf damit. Pack dein Bogen weg. Lass es. Ich habe dein Schwert, Donergy. Und es ist dir nicht aufgefallen. Ja, ich habe dein Schwert bekommen. Die Leute in den Kommentaren haben geschrieben, dass du es immer noch verhalten hast. Ja, und dir ist es ja gar nicht aufgefallen, Donergy. Ja, gib mir jetzt einfach mein Schwert und die Sache ist gegessen. Wie meinst du, Donergy? Alphi. Ich will doch mein... Was ist mein Schwert? Ich will das zuerst sehen. Hier, ich habe es doch in der Hand. Ja, dann gibt es. Nee, du gibst mir erst mal meins. Ich muss gucken, ob es meins überhaupt ist. Was sagst du? Dein Schwert ist stärker. Warum sollte ich dein zuerst schuppen? Deins, meins, deins, meins. Ich will jetzt meins zurückhaben. Ja, dann gib mir erst mal meins. Nein, du gibst mir meins. Ja, dann gehe ich wieder. Ey, Alphi. Nein, ich werde dir deins wiedergeben. Ja, dann gib. Ich bin sehr jetzt. Nein, du gibst jetzt erst mal. Du hast meins geklaut. Ja, dann gehe ich. Alter, du... Dann gib. Gib sie jetzt. Gib meins. Ich will meins wiedersehen. Ich mache deine Rüstung kaputt. Mir egal, ne? Ich mache deine kaputt. Ey, jetzt gib mir endlich mein Schwert her und ich gebe deins her. Auf drei, okay? Gib mir mein Schwert. Eins, zwei, drei. Gib. Gib. Gib mir jetzt mein Schwert. Gib. Warum sollte ich als erstes geben? Warum sollte ich als erstes geben? Weil ich erst mal checken muss, ob das meins ist. Ey, Alphi, ich bin nicht doof. Doch. Du gibst mir jetzt mein Schwert. Synergy, nein. Alphi, die Leute haben dich schon so... Äh, hallo? Dann gehe ich wieder. Wenn du mein Schwert nicht haben willst, dann gehe ich wieder. Ja, komm, komm, hier, hier. Ich gebe dir jetzt dein Schwert. Hier. Zeig. Alter, wirklich. Hier. Zeig. Jetzt gib mir meins. Du hast richtig kaputt gemacht. Gib mir meins. Es hat voll viel Leben verloren. Alphi, gib mir jetzt meins. Du hast jetzt voll viel Leben verloren. Das gebe ich dir nicht. Alter. Du hast mir jetzt die hefte Leben abgezogen. Alphi, dein Schwert ist nichts gegen meins. Gib mir mein Schwert mit zurück. Das hat auch Scherz zu sind. Ich mache dir ein neues. Jetzt. Ja, ich mache dir ein neues jetzt. Jetzt. Los. Guck zu. Bitte, ich habe keine Zeit. Bitte, Alphi. Gib mir jetzt bitte mein Schwert. Du hast mein Schwert kaputt gemacht. Ich gucke mal ein Video von gestern kurz. Alphi, du hast nur ein Schwert. Sagst du da. Sagst du da. Aber warte, was ist das denn meins? Gib mir jetzt mein Schwert her. Gib mir mein Schwert. Ich will mein Schwert reparieren zurück. Alter, das ist so eine kleine Verlust. Donati. Leute, ich muss einmal kurz gucken. War mein Schwert schon so kaputt, wie es mir gerade gegeben hat? Ich muss mich einmal checken, Leute. Ich muss mich einmal checken. Komm nur wieder. Warte, habe ich geschrieben. Warte, gucke ich kurz. Der hat da richtig viel Leben abgezogen. Habe ich gerade gesehen. Der kriegt meins nicht wieder. Der kriegt meins nicht wieder. Ich habe fast gar nichts abgezogen. Du hast mein Schwert richtig kaputt gemacht. Das hast du voll viel Leben noch. Gib mir jetzt mein Schwert. Ich werde es dir reparieren. Das geht nicht mehr. Man kann es nicht mehr reparieren. Jetzt gib mir mein Schwert. Das kostet zu viele Level. Dann gib mir dir es. Gib mir dir es. Ich muss ein neues craften gegen dir. Gib mir zwei dir es. Ja, du hast mein Schwert genommen und es kaputt gemacht. Ich gebe dir dein Schicksal. Gib mir zwei dir es. Ja, werde ich dir geben. Ich hole dir zwei. Jetzt gib mir mein Schwert. Gib. Jetzt gib mir mein Schwert. Gib dir es. Ich habe keine Ahnung. Dann nehme ich beide Schwerte. Alter, ey, ich kann nicht mehr. Ich habe beide. Ich will meine zwei dir es. Alfie, ich werde dir die es geben. Jetzt gib mir erst mal mein Schwert. Ich bin richtig sauer gerade, Alfie. Gib mir mein Schwert. Sag mal, alle Eiferstein abonnieren. Alle Eiferstein abonnieren. Oh, lass, Nabu da. Oh, okay. Und, ähm, sag noch, Eiferstein ist der Beste. Eiferstein ist der Beste. Oh. Du bist echt korrekt, Donergy. Jetzt gib mir mein Schwert. Hier, und jetzt kann ich gehen. Alfie, das ist nicht mehr lustig. Warum? Gib mir jetzt mein Schwert. Sonst werde ich die ganzen Leute auf dich herzen. Jetzt gib mir mein Schwert. Jetzt gibt es. Es reicht mit dem Spiel. Bist du dir sicher? Das ist ein Schwert. Ja, Mann, das wird auch keiner sehen, Alfie. Hier, dieses Gespräch. Gib mir jetzt dieses Schwert. Ich muss das Schwert ein bisschen benutzen und auch kaputt machen, weil du hast meins auch kaputt gemacht. Alter, du gibst mir jetzt dieses Schwert. Ich muss gegen ein paar Zombies kämpfen. Alfie. Das ist nicht korrekt. Es reicht. Ich habe noch keine Zeit. Ich habe noch eine andere Mission. Das ist nicht korrekt. Ich muss ein bisschen kaputt machen. Ich bin mein Schwert jetzt. Mann, was soll ich denn das? Alfie, es reicht wirklich. Da liegt es doch. Da liegt es. Ich habe es eingeworfen. Da. Jetzt gehen wir draus. Das ist korrekt. Okay, komm. Okay, komm, komm. Okay. Ja, komm. Ah. Nein. Gegen dich verliere ich nicht, Senergy. Du bist ein Herz. Verschwinde. 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 Wie geil. Ab. Ab. Hallo, es ist gleich die Sterbe. So Leute, zeig ich wenigstens deine Rüstung ein bisschen kaputt gemacht. Wenigstens das, Leute. Lasst es, Leute. Wenn euch die Folge gefallen hat. Vergesst, ich habe hier keine weitere Videos von meinem Kanal zu verpassen. Schoppen, teilen, niemand vorbei. Und dann will ich sagen, tschüss.